Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Hamm. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 37 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 740 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf.